Sünde wird immer Sünde bleiben, egal wie ihr sie rechtfertigt. Sonntag 29. Mai 2011, 17 Uhr und 30 Minuten Meine innig geliebte Tochter, wie ich um all meine Kinder weine, die sündigen, weil sie meine Lehren nicht verstehen. Viele von ihnen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie mich verletzen, weil sie entweder nie in der Wahrheit unterrichtet worden sind oder sie sich dafür entschieden haben, ihre Sünden zu verteidigen. Viele von jenen, die sündigen, versuchen, ihre Tat zu rechtfertigen, denn sie hören auf andere, die Toleranz als einen Vorwand verwenden, um Sünde zu rechtfertigen. Sünde wird in den Augen meines Vaters immer Sünde bleiben, egal wie geringfügig die Sünde ist. Vielen von denjenigen, die eine schwere Sünde begehen, gelingt es immer, ihr sogenanntes Recht auf Sünde zu verteidigen, indem sie sich selbst an das Böse binden, das ihre Sünde repräsentiert. Meine Kinder sind glücklich, dass ich ihnen ihre Sünden verzeihe. Wenn doch nur meine Kinder überall von meinem Erbarmen wüsten, sie würden dann begreifen, wie glücklich sie sind, dass ihnen dieses große Geschenk der Vergebung, das ich ihnen in diesem Leben anbiete, gegeben wird. Wenn sie nicht regelmäßig um Vergebung bitten, dann werden ihre Sünden sie dazu bringen, weiter zu sündigen, immer und immer wieder. Je mehr sie sündigen, desto weiter werden sie sich von mir entfernen. Dann wird es umso schwerer sein, zu mir zurückzukommen. Hört mir zu! Meine Barmherzigkeit ist für euch alle da, damit ihr daraus Nutzen zieht. Nehmt diese jetzt von mir an. Erlaubt der Welt nicht, euch einzufangen, indem ihr zulasst, den Versuchungen der Sünde zum Opfer zu fallen. Sobald ihr sündigt, werdet ihr gefangen und wisst nicht, wohin ihr euch wenden sollt. Sünde lässt euch tief unten in eurem Inneren unbehaglich fühlen. Toleranz ist heute modern. So viele meiner Kinder schreien weiterhin laut, wie notwendig die Toleranz in der Gesellschaft sei. Toleranz in ihrem unscharfen Begriff ist heute modern. Dieser Begriff kann verwendet werden, um sogar die schwerste Sünde zu verdrehen. Toleranz wird schlau gestaltet, um jeden Typ Sünde, der dem Menschen in der Welt heute bekannt ist, zu verteidigen. Jeder fordert das Recht auf Toleranz. Um welche Sünde es sich auch handelt, sie wird in den meisten Fällen als ein Bürgerrecht gefördert. Egal wie diese sünden als etwas, das richtig ist, gefördert werden, sie werden immer verkehrt sein. Es ist Zeit, dass die Menschen der Wahrheit ins Gesicht schauen. Wieder verantwortungsbewusst werden. Sich eingestehen, dass die sündhaften Taten, an denen sie sich beteiligen, moralisch verkehrt sind. Ihre Mitmenschen, darunter jene Kinder im Mutterleib, unter allen Umständen als ebenbürtig behandeln. Bietet ihr nicht um die Gnaden, die Wahrheit als das zu sehen, was sie ist, und nicht die manipulierte Version, an die zu glauben ihr euch entscheidet, weil sie euren egoistischen Absichten behakt. Es gibt nur eine Wahrheit. In euren Herzen kennt jeder einzelne von euch den Unterschied zwischen richtig oder falsch. Akzeptiert es jetzt, wenn ihr wollt, dass ich euch vor den Feuern der Hölle rette. Euer Erlöser Jesus Christus